Wie geht es dir eigentlich heute Abend? Du bist alleine. Ja, ich bin alleine. Das ist verwunderlich, weil ich tatsächlich, ich war ja schon relativ oft hier und wir waren immer zu viert. Und es fühlt sich anders an. Natürlich, wenn man plötzlich diese ganze Aufmerksamkeit alleine auf sich zieht. Und ich habe schon so ein bisschen, so einen Tunnelblick. Also es ist komisch, auf jeden Fall. Wobei ich die größte Aufregung gestern Abend hatte, da habe ich mein erstes Konzert gespielt, alleine. Darf ich dich fragen, warum dieser Schritt, diese Herausforderung anzunehmen, nach so vielen Jahren alleine weiterzumachen? Wir haben nie in einer Stadt gelebt. Also immer getrennt. Seit Bandgründung. Und das geht natürlich total gut, wenn man irgendwie Anfang 20 ist und sowieso 260 Tage im Jahr gemeinsam unterwegs ist. Dann ist es auch egal, wo man wohnt, wenn man gerade nicht unterwegs ist. Und jetzt, wo wir aber alle Familien haben und so, es wurde sehr sportlich. Ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen. Dankeschön. Und wir sprechen uns ansonsten später nochmal vor der Photowall. Ja, auf jeden Fall. Gerne. Viel Spaß hier noch. Tschüss. Dir auch. Du glitzert alle so schön. Ich wünschte, ich würde auch glitzern. Ich muss mich an deiner Schulter reiben, damit ich auch ein bisschen glitzer habe. Wir sind Feenstau. Tschüss.